Hallo zusammen, in der neuesten Ausgabe von Oki, der Nummer 166, hatte ich mich in meinem Workshop mit dem Ausdünnen von Styles beschäftigt. Also nach meiner Devise, weniger ist mehr. Und ich habe mir einen ganz einfachen Titel ausgesucht, Besame Mojo, der lässt sich sehr sehr einfach und meiner Meinung nach geschmackvoll interpretieren. Dazu habe ich den Style Bossa Nova, ganz kräftig ausgedünnt. Ich beginne also lediglich mit einer Rhythmusspur und einer Gitarrenspur. Um dann nach dem Intro noch den Bass dazu zu schalten, das aktiviere ich über das Registration Memory. Und hier mein Beispiel Besame Mojo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020